Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum DAX Check heute am Freitag. Es blüht uns ein schwacher Tagesauftakt, nachdem Amazon gestern Abend Zahlen gebracht hat, die unter den Erwartungen lagen. Die Aktie nachbörslich minus 7,5 Prozent. Das wiegt zum ersten Mal auf den Tech-Aktien und in Asien geht es wieder deutlich nach unten. Die Worte der Regierung, dass dieser Eingriff im E-Learning-Markt ja nur diesen Bereich betrifft und keine anderen, der wird nicht ganz vervoll genommen und ja Hang Seng deutlich minus und auch Nikkei deutlich im roten Bereich und das dürfte sich möglicherweise oder wird sich wahrscheinlich heute in Frankfurt fortsetzen. Gestern waren wir bei 15.640 Punkten weiterhin in unserer angestammten Handelsspanne zwischen 15,8 und 15,5. Heute morgen, wie gesagt, die Indikationen schauen da ganz anders aus. Wir bewegen uns im Bereich 15,530 und damit wieder in diesen Korridor zwischen 15,3 und 15,8 etwa in der Mitte für unser Produkt, das wir Ihnen ans Herz gelegt haben. Den Inline-Optionslein von der Societe Generale mit der SF1 FSV ist das natürlich optimal. Nochmal zur Erinnerung, die Barrieren liegen bei 14,6 und 16,4 und die 15,5 liegt eben genau in der Mitte und solange wir uns da in dem Bereich aufhalten, ist aus Produktsicht die Welt völlig in Ordnung. Entsprechend hat sich auch das Produkt ja mittlerweile deutlich verteuert von 4,33 auf 5,76. Also von daher aus der Perspektive alles in bester Ordnung. Jetzt sollten wir mal nach Frankfurt schauen, da dürften jetzt so langsam die ersten Kurse kommen und wir sind 150 Zähler rund im Minus, genau bei 15,5. Wie gesagt, aus Produktsicht alles im grünen Bereich. Es darf halt nicht weiter nach unten abkippen, vor allem nicht unter die 15.000 Punkte Marke, dann könnte es wieder ungemütlich werden. Noch ist es aber nicht der Fall. Von daher bleiben wir ganz entspannt. Wir haben es gesagt, über die Sommermonate wird es ohnehin schwierig, da auf neue Höchstkurse rauszugehen. Es fehlt an neuen Impulsen. Die Erwartungen an die Unternehmen sind hoch. Entsprechend kann es dann auch mal schnell nach unten gehen, wie wir eben jetzt in dem Fall von Amazon sehen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen gute Kurse, ein schönes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss, bis dahin.